So, wen haben wir denn heute hier? Hallo, wir sind das Nähkaffee, Leute aus Bautzen. Aus Bautzen, und ihr seid schon seit Sonntag hier, habe ich vorhin gehört, ne? Genau, richtig. Und ihr habt in Bautzen ein Stoffgeschäft? Genau, das ist so eine Kombination aus, also ein Stoffgeschäft und ein Café, da wir beide Eröffnungen aus der Gastronomie, die wir auch daher kennen. Ja? Und ja, also dann haben wir uns Kaffee trinken, wir haben gesagt, essen Frühstück, Oh, okay. Wir gehen hier fast täglich, ja. Oh, da seid ihr aber echt voll eingespannt, ne? Ja, viel zu tun. Und wir verkaufen und alles, was man so, oder was das Nähen hat, begrenzt. Ja, und was habt ihr euch da jetzt gerade ausgesucht? Das sind diese... Das sind ganz tolle Baumwurststoffe, die mehrfachzertifizierten hier, ne? Besonders diese Farbkombination angesprochen, und das ist so schlicht, dass es so schlicht ist. Ja, und da habt ihr schon ein paar Ideen, was ihr da mitmachen wollt. Genau. Und woher kennt ihr euch, das muss ich jetzt mal im Kuss fragen, seid ihr Schwestern? Das werden wir ganz oft... Ja, passt. Ja, oder? Wir werden sogar ganz oft für Zwillinge gehalten. Ja, so ein bisschen. Nein, also wir haben uns angepasst über die Jahre. Also wir haben uns seit jetzt 16 Jahren ungefähr, ursprünglich also wirklich in der Ausbildung kennengelernt, und... Okay, und das... ...mit dicke Freundschaft entstanden, und dann haben wir vor, ja, so zwei Jahren entschieden, dass wir gemeinsam jetzt ins Wettbewerb machen wollen, haben wir durchgezogen, und es funktioniert ganz gut, und wir wollen nichts anderes mehr machen. Oh, schön, das hört sich gut an. Und mit eurem Online-Shop geht ihr in 14 Tagen raus, also euch auf jeden Fall folgen. Also... Es ist jetzt kein offizieller Stichtag, aber... Das ist jetzt... ...der Plan. Für uns genau der Plan. Okay. Dann nenne ich euch gleich mal hier nochmal in der Story und tagge euch, und dass die Leute euch folgen. Dann nenne ich euch mal hier nochmal